So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses, der Dicke, eine neue Folge Pokemon Go. Ich habe noch ein paar Videos hochgeladen, noch nicht veröffentlicht, wo ich wollte, dass da ein bisschen Aufmerksamkeit draufkommt. Anders als dieses Video, das mache ich jetzt als Notlösung für zwischendurch, denn eigentlich warte ich auf die News. Die Season ist bald zu Ende, die neue Season muss angekündigt werden. Da kommt wieder GBL-Season, da kommt wieder die komplette Season 3 Monate, was das mit Pokemon und Sachen so zu tun hat. Dann geht der September, der September müsste angekündigt werden erstmal, mit den Raid-Stunden, den Spotlight-Stunden, mit den legendären Raids, die reinkommen. Das ist alles wichtig. Der C-Day müsste angekündigt werden, denn der ist ja schon am Samstag. Heute ist Dienstag, es gibt noch keine Ankündigung. Eigentlich dachte ich, das wird gestern Montag 18, nee 19 Uhr oder so spätestens rausgehauen oder im Stream kam natürlich nichts. Ich rechne damit, dass vielleicht heute im Laufe des Tages was kommt. Deswegen haue ich das jetzt erstmal raus für euch mit diesem Thema, weil das sicherlich nicht so viele Leute interessiert. Falls gar nichts kommt, ist ein Video von mir da und falls das andere noch kommt, kann ich das andere in Ruhe dann noch machen und habe jetzt nicht schon ein super Video rausgehauen, sondern eben halt nur das. Warum rede ich das Thema so schlecht? Ich weiß es nicht. Ich muss erstmal das Maskottchen einblenden hier. Das ist das Labras, damit ihr nicht diese hässliche Werbung im Hintergrund die ganze Zeit seht. Entschuldigung, aber Länder sehen aus wie Pokémon und hier sind elf Beweise dafür. Hier habe ich einen lustigen Artikel gefunden bei Buzzfeed, Länder, die aussehen wie Pokémon. Willkommen bei meinem Vortrag, warum sich Länder offiziell in Pokémon umbenennen sollten oder warum Pokémon eine Länderedition braucht. Egal, es läuft sowieso aufs selbe raus, also setz dich einen Moment und lass mich erklären. Wollen wir das alles vorlesen? Wir gehen einfach direkt zu den Ländern und sehen als erstes hier, erstens Österreich ist gleich Europe. Hat das Ähnlichkeit? Eurer Meinung nach? Sieht das aus wie ein Europe? Europe? Oder sieht das anders aus? Das ist Österreich, das ist Europe und dann soll man das, wenn man das vereint, heißt das ganze Ding Jan Jürres. Jürres. Wo kommst du her? Ich komme aus Jürres. Was ist das? Wie Lörres? Nur Jürres. Ist ganz lustig, aber wir finden bestimmt noch bessere, krassere. Dann haben wir als nächstes hier überall diese verschmierte Werbung. Deutschland ist Relaxo. Das sieht schon mal gut aus, weil das sitzt ja so da, das sieht auf jeden Fall aus wie Relaxo. Eigentlich sieht es absolut komplett anders aus, aber egal. Und dann, was wird aus Deutschland und Relaxo? Es wird Deutsch-Laxo. Das klingt halt wirklich einfach nur total einfallslos. Dann haben wir Polen. Polen ist Bisasam. Okay, das hat vom Grundgedanken her, von der Grundidee, ist das halt Bisasam und das ist Polen. Also, und was wird dann daraus? Polasam, ne? Bisaspol. Nein, was ist es? Es wird ein Posam. Schreibt ihr hier rein. Wieso habe ich das bei den anderen nicht gemacht, zu raten, was aus dem Pokémon wird? Also aus Polen und Bisasam wird Posam. Und so sieht Posam aus. Fehlt halt ein Stück. Ansonsten passt das direkt da rein. Dann haben wir Saudi-Arabien mit Shiggy. Okay, ja, ich darf nicht so weit. Saudi-Arabien, Shiggy. Ja, man sieht hinten, unten rechts geht es ein Stück nach außen. Das ist also der Schwanz. Der Rest ist ein bisschen aufgerichtet. Saudi-Arabien, Shiggy. Shig-Arabien. Also, es heißt, es ist Shiggy-Arabien. Statt Saudi-Arabien, Shiggy-Arabien. Gut, unkreativ, aber passt. Naja, wenigstens hat er recht mit unkreativ. Passen, finde ich, passt nicht. Dann Hammer. Pass auf. Ägypten ist Glumander. Wenn du das Glumander aber rumdrehst und dann oben noch der brennende Schwanz dran klebt, hätte man das Relaxo nicht auch rumdrehen können, damit es nicht zu Deutschland passt? Das wäre doch auch lustig. Ägypten ist Glumander und heißt dann... ...Egmander. Und es ist Glübden. Glübden. Auf den zweiten Blick vielleicht muss sich Glübden erst zu Glurak entwickeln. Ja. Jetzt ist es aber wieder richtig, Roma. Also, jetzt haben sie es dann nochmal gedreht. Dann haben wir Äthiopien-Pikachu. Jetzt habe ich leider die Lösung unten schon gesehen. Äthiopien-Pikachu. Das passt für mich wieder gar nicht. Da gäbe es bestimmt genügend andere Sachen, die eher so aussehen würden. Das unten sieht doch aus, als hättest du ein Kleid. Das hat ein Kleid. Das ist unten weit. Dann oben ist das kleine Zammengeschön. Das sieht eher aus wie ein Ramoff. Ramott. Ramoff. Wie auch immer. Äthiopien-Pikachu nennt sich dann Pipien. Hihi. Süß. Also, der Ersteller dieses Artikels ist auf jeden Fall gut drauf, sage ich mal. Vietnam, Dratini. Da muss ich sagen, wenn man alle anderen Länder so vergleicht, was da für ein Schmarrnz haben geschossen wurde, finde ich das sogar richtig passend. Weil das ist einfach nur so dünn, elegant und hat oben einen breiteren Kopf, wo sogar die Drachenflügel, die Drachenohren, was weiß ich, irgendwie dazu passen. Vietnam, Dratini wird dann... Wird Nini. Dratnam. Dratinam. Ja, also... Ich versuche es gar nicht kreativ zusammenzusetzen. Ich versuche einfach nur den Anfang und den Ende und dann klingt das blöd. Aber Dratinam klingt für mich auch gefühlt wie ein Pokémon. Dratinam. Dratinam. Sieht am besten aus, vom Land her zum Pokémon hin und hat bis jetzt, finde ich, den besten Namen. Also, Dratinam ist mein Favorit. Mongolei Slimog. Das ist auf jeden Fall fett. Das ist breit. Das ist total besonders. Mongolei Slimog heißt dann Slimong. Gib fünf. So, wir sind jetzt Mongolei Slimog Slimong. Kann man machen, kann man machen. Was hat die denn hier in der Schnauze? Ich verstehe es nicht. Was ist... Was sind das für komische Werbung? Ghana ist Anton. Es steht ja da, es hält sich den Kopf fest und wird dann zu Ganon. Ghana, Anton, Ganon. Ja, nach Dratini vielleicht mein zweiter Favorit. Dann haben wir wieder genau dieselbe Werbung. Australien ist Seemon. Obwohl hier unten noch ein Zipfel noch weghängt. Australien Seemon wird zu Systralien. Warum sind das hier eigentlich so viele Wasser-Pokémon? Ja. Das hat... Wahrscheinlich hat das einen Sinn. Es ist alles inspiriert davon. Das ist die Wahrheit. Jetzt ist diese blöde Werbung mit der Frau auch noch hier an der Seite. Das geht ja mal gar nicht. Australien Seemon wird zu Systralien. Dann haben wir Brasilien mit Bibor. Oben breit, unten dürr. Aber es hat ja hier ein Bein, hier ein Bein, in der Mitte einen Stachel. Das sieht ja aus, als würden die Beine fehlen. Und die Beine sind ja eigentlich länger. Finde ich, passt wieder gar nicht. Wird dann aber zu Brasil-Bor. Ach, da hat man so... Die ganze Zeit setze ich den Anfang Brasilien. Und Bibor, Brasi-Bor. Das hätte ein Name von mir sein können. Unkreativ. Man hätte auch Bisilien machen können. Nee, hätte man nicht. Brasi-Bor, passt nicht. Finde ich nicht. Beweisführung abgeschlossen, das war's. Welches Land wäre dein Starter-Pokémon? Ich fand Dratini ja am besten, deswegen drücke ich einfach mal auf Dratini drauf. Gucken, was dann passiert. Nichts? Jetzt mal im Ernst, welches echte Starter-Pokémon wirklich zu deiner Persönlichkeit passt. Drücke hier für das mega heftige Quiz. Wie fandet ihr das? Fandet ihr, das hatte Ähnlichkeit? Fandet ihr, das hatte keine Ähnlichkeit? War das so ein sinnloses Video für zwischendurch? Ich glaube, ja, denn ich warte immer noch auf die Newhoos. Ich warte auf die Newhoos. Aber ein, was wissen wir schon, ein Pokémon, was auch hier dabei war, nämlich das Glumanda, wird wahrscheinlich am Samstag das CD-Pokémon werden. Denn am Samstag wird ein Classic CD stattfinden. Es wurde schon geleakt, dass wohl Voltilam als Classic CD kommt. Aber wir haben in der Season nochmal einen Classic CD. Der ist dann sicherlich mit Voltilam. Und der jetzt, da wusste man nichts. Jetzt ist wieder ein Teaser irgendwo geteilt, wo was mit CD steht. Am Ende sieht man eine Flamme. Am Ende hört man einen Ruf von Glumanda. Es muss also wahrscheinlich Glumanda sein. Und das ist richtig behindert. Für Spieler, die immer spielen und seit Anfang an dabei sind. Weil Glumanda hat schon zwei reguläre CD-Days gehabt. Und kriegt jetzt noch einen Classic CD-Days. Also dann schon dreimal da gewesen. Irgendwann reicht es halt dann trotzdem. Aber es wird viele Leute geben, die sagen, wow, das habe ich noch gar nicht. Und deswegen freuen die sich. Und deswegen ist es für die. Und ich spiele ihn ja trotzdem. Ich spiele ihn trotzdem. Das war es von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Peace out, vorhaut euer Ramses. Was war euer Lieblingsland und euer Lieblings-Pokémon in dem Video?